Das ist nicht so, dass man so zu teilen ist, ein Ort, an dem man gemeint kann. Das Paradies ist eigentlich für ein Gefühl, dass man allein ist, wenn man teilt, wenn man etwas ganz Besonderes geworden ist. Und wenn man dieses Gefühl einmal hatte, dann ist es eigentlich mehr los. Das ist auch schön. Das ist ganz geil. Ja. Das ist ganz geil. 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 Das ist ganz geil.